ja und willkommen mein name ist dann die warte ich begrüße euch zurück zu let's play kriegen die marz 3 ja jetzt folge haben wir die pundin reichen 7 heraus gefordert und alle von denen erledigt nein und ja ich habe die jetzt nicht noch mal versucht aber ist abgeschlossen also warum nicht wir ich habe gesagt im letzten part wir machen ein bisschen gummi-jet mission und genau machen wir jetzt auch ich werde jetzt einfach mal auf den ersten pfad hier gehen in dem ersten part gehen und ja kommt euch mal muss ich noch wechseln ich habe mir ein neues gummi-jet gebaut was ähnlich aus wie dieses aussieht aber auch ein bisschen anders wert schon sehen und ja wir hatten als allererstes das disney 1 dann haben wir upgraded disney 2.0 und wie man sehen kann ich habe das disney omega und jetzt gucke ich das an sie doch ein bisschen anders aus jetzt wo ich so direkt vergleiche und ja ich muss mal die werte von dem teil an gucke ich mal die geschwindigkeit an und so keine manövrierbar fähigkeit aber was soll's damit fahren wir jetzt dagegen und weit haben wir ihn hier noch als richtige lanze die einen schocker der zwölf einen daumen mit heftigen schutz auf zeitlichen agent angemachten geschützten an mit jentchen von attacken der gegner fliege dann auf sie zu und diese explosion aus warum man hat ja ich brauche keine mini jets ich habe nein ich gesehen hat für ein monster von einem gummi jet ich jetzt habe als sie aus dem boot irgendwie und ja was machen wir ja wir versuchen so gut wie alles mögliche in diesem fahrt hier zu erledigen würde ich sagen weil zu machen die gummi jet mission ja richtig bock und ja da können wir uns hier noch ein bisschen amüsieren dafür werden so ein paar pro fahrt ja spielen und gott da guck mal an gut ich sollte mal vielleicht gucken was nein heute gibt es denn hier alles was wir machen können da schätze schätze sollte vielleicht mal gucken sternlicht fahrt habe ich als vier von 1 2 3 4 5 6 sehen was wir machen werden um alt heißt hat den schnell kaputt wir werden alle kristalle sammeln wir werden das mit jedem herzlosen jahr anlegen weil ich glaube die zehn auch irgendwie als mission ich weiß nicht mehr wo das alles steht auf rekord ja also wir müssen ja wahrscheinlich alle von ihnen legen außer vielleicht das hier weil das ist bestimmt super schwer aber ja am ende des parts werden wir ja alles haben hoffentlich also ja oder sehe ich was ich muss ein foto machen die frage ist jetzt wieder um hat von entfernung überhaupt nicht richtig gut und sagen neues kubi jet sie weil ich von der richtigen ecke irgendwie ja fotografieren und so ne nein ich will nicht da ein zum beispiel her auf damit also fahrt hallo das war also kannst du als eine bombe fotografiert was neue auszeichnungen erhalten wird uns als auch in der es an konstellation ist mal auch das war auch sammeln weiß nach dem anderen wie schnell wir jetzt die gegend fahren so leser habe ich auch nicht sehr glaub ich hinten sind hinten bei mir angebracht wenn die gegner die nie kommen sehen wo es wo es hier hat dinge nicht sehr weit auf die karte ein kristall aber sehr nicht da die müssen jetzt eigentlich auch schnell kaputt gehen oder auch bei planfragment gut da tauchen die hast du sind immer wieder auf wenn ich die eimer erledige oder muss ich wieder raus zur weltkarte das werden irgendwie übersicht mit sich irgendwie besser und rechts links ich muss sie so schnell wie möglich erledigen vor den neuesten jahr auftauchen nehme ich mal an stelle ich die allee ist so schnell hat auch die neuen auf das so mehr kann ich erlegen ich habe eine grenzte zeit kann ich es oder so erreichen ich bin immer so am leuchten wenn ich arschen erreicht ist vielleicht bedeutet das schon hey wir schon voll mega okay ich glaube alles ab maximum habe ich irgendwie bezweifle weil dann kriegen wir mal zwei gab schon es wird nächster als ich raus hier ich bin meine manövrierbarkeit ist doch noch relativ angenehm wenn schlimmer sein doch diesen dingern kriegt man damals glaube ich dann nicht irgendwann mal welche gefunden und screen auf screen da damals wieder an die krieg sagt nur meine meine schlüsselschwerter zu ballern ist auch voll gestört wenn ich irgendwann meine schlüsselschwerter alle maximieren will dann weil sie mich hingehen kann zerstört auch kannst du es warten aber wie kannst du es war ich bin fast gar nicht schaden also konzentration habe ich die schon naja muss du sterben also der stern nicht partner ein reichs neben fluss und er setzt sich glaubt eclips ja ich glaube ich bin es uns erreichen möchte nehmen an das ist natürlich erreichen kann jedenfalls erst jetzt ich muss meinen durchschriften noch weiter hoch ballern so 40 haben stern also ich bin max doch noch gerne ein bisschen weiter lernen können seine schuss als raketen oder was hat geht es genau als gegner also kommt kommt seid ihr hallo verarschen war keine ja ja nein noch weiter hoch ballern wir haben für material aber ich kann noch weiter aufhören gut und sagen diese einen stern ich habe jetzt gemacht ich will noch größere sachen aus meinem gummi jett raus wollen wenn es geht wo ist wo ist kristall ich brauche kristall über mir irgendwo die knopfen da die katzen schutz irgendwie noch voll viele gummi steinern noch nicht irgendwie so weil ich mir sind auch viele fragezeichen also wenn ich das erstellen will also nehme ich meine fehlen und ganz menge sachen zwei sterne ja ich hoffe die mussten ja nicht die ganze zeit das ist nämlich sehr verwirrend hier das hat was okay ich störe den blumenwächter alter ich mache den gar keinen schaden ich würde nehme ich oh gott nehme ich mal an soll so sein hoch dass meine dinge auch machen kann euch so stark sein dass zwei sterben nachdenken ja gemacht war einfach munter sehen auf ob das dinge untersehen ruhig meine ich bestand ich kann alles denken versehrt hans brusen wohl cool ich habe 44 wetter und ich war level sein für den letzten ort es ist jetzt auch nicht so wichtig ich meine wir sind jetzt wird jetzt unglaublich schwer durchzukommen irgendwie und muss sein so noch oben noch nicht hat da oben und dann war ich nämlich schon eine zufallskämpfe die bringe ich voll aus dem konzept irgendwie erst mal die ganzen sachen die einsamen dann glaube ich ich meine irgendwo war hier gerade eine konzert so und aber ich habe jetzt wieder vergessen und aus den augen verloren ich da ein kampf verwickelt wurde es war sehr um das ist alle gesehen alle wand eisgummi wenn es eisgummi sind waffen feuer sind antrieb weiß eis noch mal keine ahnung ich weiß nicht ob ich erlebe ich habe aber kommen wir ja count down 1 4 in dem blumenwächter astro krieger ich gehe auf jeden fall nicht zu hat fünf sterne dinge nennen weil ich weiß nicht wann der fortschritt hier gespeichert wäre so weiß was ich erreiche sofort gespeichert wird oder aber nicht bei külern verliere ich wieder alles weil ich doch lieber kurz raus und guckt dann noch mal damit auch sich hat der blumenwächter aber 22 sterne aber lächerlich einfach ich weiß ich war dafür größte sprung eventier und zwei auf fünf sterne also ich doch immer vorher noch mal auf dem speichern oder irgendwie und so mini blühen wächter sein da ich noch so nachgegner legen okay ja ich nehme mal sehr an hat irgendwie das maximum ist was ich kriegen kann jetzt hier wird aus 1 1 fährt mir noch 2 da schätze fragezeichen wird anfangen wir mal fort ich nehme jetzt mal einfach an die bleiben tot und solange ich hier noch bin die ärztlosen sonst würden ja bestimmt schon mehrere seien ich habe noch so unglaublich bock ich bin komisch jetzt hier zu spüren sonst sind wir jetzt ein bisschen schneller ich war da habe ich noch gesehen ein stern da meinen namen trägt und im sternen zelt komm her wir kriegen ja locker alles wir trotzdem noch mal gerne vor speichern gehen und dann fünf dinge hier versuchen nur so um sicher zu gehen von erreicht wird und ja ich nehme jetzt mal sehr stark an a ist das maximum hat verreichen können kann dann zwei hat natürlich eine super sportwagen ich gucke hier war das bekomme ich wenn ich irgendwie a und so kriege kristall aus dem weg die kisten wieder hier sind viele kristall so komm her ich habe ich noch nicht vernichtet ich habe mir wahrscheinlich für das letzte gebiet ja voll aber was soll es steuert mich jetzt nicht so also so kann man ja auch die meisten sachen hier umgehen nur die bosse kann man dann bekämpfen und die sind jetzt auch nicht so unglaublich schwer genauso wie normalen spiel so nun kriegt man ja nicht dinge wieder medaillen und so die abgezogen werden wenn man irgendwie getroffen wird war ein bisschen nervigen king nummer zwei nahrung käfer so haben wir uns die dinge hier die kristalle und nicht gerne mal wissen wo hat fünf dingen es war nicht sie ja riesige tornado oder wechsel ich da gerade mit einem anderen ort mit neben anderen ort mit dem anderen einzigen anderen ort den ich noch kenne ja nebelfluss man sagt so und ich mache lieber erst jetzt mal ein foto davon ich habe schon wieder also jetzt schon wieder eins denn ich habe bombe oder woge ich glaube ich habe ich auch mal vom kopf jetzt noch zwei könnte sogar nur sein und dass die beiden sind na so ein käfer bier ob sie klar wenn er sagt man nicht die sporn wir sind zwei dinge da noch nicht auf der karte sehe das hat die letzten sein da habe ich schon das halb ist halt wenn man da auch noch zwei kristalle haben schon wieder voll übersehen da bin ich voll vorbeigeflogen abgelenkt wurde wo ja wird witzgummi da kommen wir ja dass ich treffe man nach der sich treffe von meinem mächtigen schoss weil so viele gegner wie möglich aus wer für die dinger die so neben mir auf den geschützt zu sein als ein jahr weiß ich aber so komisch aus bis stadt wenn ich immer so schön auf rein für euch dafür nicht sehr gut ich glaube ich jetzt hat neu starten aber auch gut aber scheint zu reichen war es wahrscheinlich hat max gott ich vergesse hat immer wieder ja ja also den 1 2 sterne ist hoffentlich jetzt der letzte du bist du denn du bist allerdings ja dann habe ich schon auf erledigt nein danke dann will nicht kämpfen so also noch zwei kristalle schon wieder vergessen wie viele bauplan dinger mir fehlen sein ja manche das ding ja 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 sehr clever manche zahl dass er fünf dingen dieser tornado ja auch gar nicht ob da noch durch kann wir haben gesagt ich brauche mehr antrieb oder so das ist ein kristall damit ja ich möchte noch ein level zwei dingen und wenn man anders glaube ich noch finden seit mal und ein guter 3000 herz aus die niederküche ist sehr viel später so ich nehme an eins davon bekomme ich wenn ich fünf dinge erledige und andere bekomme ich bin ich aber im letzten level zwei dinge bekommen und ein bauplan verkennt fragment fehlt mir noch ich muss nur wissen wo die dinger sind wenn man die idee von mir mal das ding na da sehe ich nicht es halt wird kristall sein pinker bitte das ist eine konstellation habe ich schon mal ein blauer wir sind jetzt gekommen das ist auch hier sein doch da ja das stadt warte gummi rekorde ok das ist jetzt nicht gut also ist der eine den ich schon vorher hatte auf wer ist jedenfalls nicht das was ich brauche es sei ich will den schon gerne erledigen nämlich den ich mal für karte abhalt wenn wir das beste gerade da bitte sei er wenn es noch mehr zur übrigen doch super da macht es natürlich sehr viel nerviger jetzt man sollten jetzt wissen welche richtige ist die ich brauche sie nur blau kristall und ich würde jetzt gerne level 2 ja noch finden er damit fehlt sie aber nur level einsach oder gar nicht gesehen in time mit ruinen astro in ich glaube dahinten der stemme fehlt jetzt ein gebiet wo ich irgendwie noch nix habe da oben sicherlich da oben ist ja schon kristalle und so ja noch blauer du musst ja sein der mir fehlt kommen naja sollten wir vielleicht mal irgendwo den namen anzeigen von dieser begegnung damit ich auch weiß das hast du schon da hast du nicht und wird sehr hilfreich so aber ich hundert fahrt mehr der schütze aktiviert ich habe mir viele dieser feuerwehr kauft nicht werden wir glaube ich nicht so viel schaden machen also leute so schon ein bisschen mehr anstrengender wir haben fast gar kein schaden also ja schon bei 200 kommen nein ja okay wir sagen mir das sehr mir gefehlt hat das ist dann an v4 flüssig so hat dort wird noch das hier weg marke okay verdammt hier geht das nicht da konzernation schon beinahe wieder voll weggeflogen das ding ist neu glaube ich kaktor kaktor und sie auf einen fancy anlehnung einfach mal sind eigentlich keine feine fancy karte mehr in diesem spiel man kommt schon da pink da ist der letzte immer noch fehlt glaube ich naja bank wo ich dann abgeschlossen muss eine neue auszeichnung halten ja ich glaube wir sind ja fertig da schätze für uns eine ich nehme an das ist jetzt bei 05 dingen da haben wir alles rekorde da haben alles außer datt hier dann können wir mal zur weltkarte zurück und ja tor kurz speichern weil ich nicht weiß wird hier abläuft also wo tun wir erstmal noch hier reinpacken da ist ein bisschen fertigkeiten mäßig ich besser ja ich kann mir dann ein paar fertigkeiten pro stufe den schaden deiner spezialwaffe beteiliger mehr schaden wenn ich noch einmal daheim packen bräuchte er noch noch mehr was ich habe aber nur 60 dinger jetzt sind also extra gummies das ist eine barriere mit geringen mtp ja was mein plüsch so wahrscheinlich nix ich habe so eine krone stimmt wenn so eine krone noch auf das dinge da wir haben schon wieder ähnlich gespeichert speichern hier und gehen noch mal da rein und dann ja nochmal jetzt doch bist du was ding nochmal warne ich glaube man kann sich ein weg mit deinen stellen einpacken aufbrechen ich glaube natürlich die geschwindigkeit meines jetzt jetzt gut genug damit da rein kann kann das hat mich irgendwie abgehalten dadurch zu kommen ja gut perfekt bitte lassen jetzt da rein ich habe doch jetzt hier war alles gut arbeit gummies hat immer noch zu langsam erwarte da wollen wir noch mal sehen wie jetzt zu langsam dann packen wir eben noch mehr rein geschwindigkeit da kostet 24 20 wenn ich weit 140 kommen da wieder wohl dann hat es gut aus jahre gut genug sein oder geht schon außerhalb des dingens habe ich gesehen der wert irgendwie wird nochmal gleich der welt schon zu langsam sein wenn ich volle höre mein ding zu einsetzen da kommen ok na du hast auch vor gar nichts aus kometen rauchen oh gott wir machen wir uns schaden hat hat neue fertigkeit bringt es auf jeden fall aua ich meine das stand kometen rauchen also wenn das also mehrere wenn ich das ding schon treffe dann weiter hat wieder andere ap doch wäre verdammt ja gut aus welchen ja sind mehrere sage ich doch wer hat aber der doch ich wollte gerade sagen er trifft mich doch gar nicht und deine erledigt ich glaube ja an was betrifft mich nicht aber aber knapp gott neustart wirtschaften war ja lacht wir hatten wir sind intelligenter spielen wir schauen ich jetzt schon ab da musst du mich ausgerechnet treffen wir haben im weltraum ist klar das ist ein anderer war jetzt richtig schon damit freut habe ich gar nicht damit getroffen wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben das wir haben diese ganze sachen jetzt ist beim weiter er ist natürlich da auf jetzt kommt ja ich krieg da nicht mehr gibt es nicht das wird gar nicht von diesen einem angriff getroffen werden wir auch mich rein haben hast ja sehr gut zwei balken ab und so schon diese kleinen dinger könnte verzichten wie ich habe sie stimmig hintereinander belegen noch bis jetzt gar nicht getroffen gut sehr gut aber nicht gut den ganzen mini da ja noch auf mich schießt auf die kann ich verzichten und diesmal hat er mich nicht da betroffen gut dann noch mehr an diesen dingern ich denke was hier erledigen oder was er los ich war doch so ein paar tp upgrades und so war ausgewicht nach naja ich habe gleich ein balken weniger als ein balken nein nämlich kaputt gehauen aber ich wollte jetzt so in diesen dieser runde alles zu ende bringen aber dann habe ich mit allen betroffenen das gibt es jetzt einfach nicht da ist hat er mich damit getroffen hat gibt es jetzt leckt mich sollte irgendwie länger da drin mit dem bestimmte anzahl abziehen neuer wird glaubt ja dreck da kommt noch hin da bitte ich soll uns das jetzt mal so angucken hat den ausweichen ist gar nicht mal so schwer das ist jetzt nicht nett was kommen sie alle auf einmal ja dreck man geht mal kaputt aber du bist kaputt nein aber daneben haben ich meine schaden in dem muss dort nicht davon treffen nicht warum aus irgendwo diesmal krieg ich dich lieber ausweichen erst mal jetzt aber kommen ok mein gott ich habe hier glaube ich würde gemacht verteidigungen was ich so sonnenstrahl leser wenn wir so ein abgeschlossener vieler will ja nicht kommen dunkelgummi ok ja wir haben alles gut also perfekt diesmal machen wir hier weiter wird ja ich sagen das war es für diese folge jetzt vorher machen wir gleich in dem nebel fluss bedanke mich als zuschauer und sage hinterlass bitte ein like einen kommentar und wir sehen uns in der nächsten folge und dann und dann und dann